Kein Ding, bin da! Achso, ich hab ja immer das als Nachkampf. Oh, der bringt den Guide um. Egal, der kommt wieder. Der kommt wieder. Oh, der ist auf mich. Ja, verstehe ich zwar nicht, weil ich hab's erweckt, aber... What the hell? Toll. Das macht ja gar nichts an Schaden. Nee, du machst irgendwie 6 und 4 Schaden oder sowas, oder? Ja, aber ich mein, das Auge macht mir auch keinen Schaden. Oh, weißt du was? So. No, noch nicht. Das macht doppelt einen Schaden, wenn's enraged. Trotzdem, ich krieg den Schaden schneller regeneriert von dem Lagerfeuer. Oh, jetzt ist's gewechselt. Sehr gut. Jetzt geht's enraged. Oh, schon die Hälfte tot wahrscheinlich. Ja, bei 1400 geht's enraged. Oh, cool. Oh, cool. Warum hab ich grad nen Pilz gegessen? Weil du nen Pilz dabei hast. Aber ich hab auch die Tränke dabei. Ja, das ist aber das, was am weitesten links oben ist. Alter. Am Arsch! Ich darf... Ich darf nicht. Ich darf nicht grepieren. Ich darf nicht. Hm, komm, keiner kann. Oh, ja. So. So. Ich hab dir mal runtergefallen. So. 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 Ich hab's doch mal. Hö? Ich kann ein Star in der Bottle machen. Yay! Welchen... Welchen Trank nimmt der? Der am weitesten links oben ist, würde ich sagen. Und so schieb ich den einfach links oben. Ja. Bei mir reicht's auch nochmal für ein Schwert. Sehr gut. Mal gucken. Ja. Ja. Sehr gut. Auch ohne, gell? Äh. Ja. Auch ohne. So. Dann pack ich mein Schwert nochmal hier rein. Zum safen. Hä? Ne. Da. So. Sehr gut. Äh. Ich glaub ich baue nochmal ein bisschen, weil wir haben immer noch nicht alle Häuser so zu sagen glaub ich. Also haben alle voll so rum. Okay. Jo. Dann gucken. So. Ja. Ups. So. Da hab ich gerade. Haupt mit. Flüchtig. So. Ja. Noch n vor uns da. The Goblin Army is approached from the west. Wuhuuu. Passt auf mit unseren neuen Schwertern. Wahrscheinlich hat der irgendwas wirklich gesagt. Wir sind noch nicht mächtig genug. Wuhuuu. Passt auf mit unseren neuen Schwertern. Ja. Aber die sind noch nicht da. Das heißt nur, dass sie von Westen kommen werden, wenn sie dann irgendwann nicht mehr da sind. Ich glaub unsere NPCs werden sterben. Ach Quatsch. Haben wir schon ganz gut Damage jetzt und halten noch was aus. Ja stimmt. Die Fernkämpfer sind halt ein bisschen blöd. Äh. Da hatte ich in meiner Welt, die ich alleine gespielt hab, ziemlich Glück, weil ich hatte um meine Häuser links und rechts schöne Gräben, wo die Fernkämpfer nicht ran konnten. Wo auch die ganzen Monster mal reingefallen sind und nicht mal raus kam. Ok. Nice. Ah. Jetzt kommt's. Da sind sie nämlich schon in unserem Haus. Oh. Die machen aber deftig Schaden. Ja. 17 bei mir. Also die Fernkämpfer nicht, sondern nur die Nahkampfer. Oh. Die Fernkämpfer auch 17. Bleib weg. Oh. Die Magel find ich eher schlimm. Ja. Die sind auch schlimm. Hier kids runn. Walke boot. Williams helpbasis je style coke. Hör. Ein whatever gosh put. Team MIal kracht. G digo ich weg. Aber die Gämpfer sind nicht nur etwas parishionables. Ich brauche diese damage Non, es ist nur jemand zu sein. Ja, tot, oder? Ja. Achso, ist der gerade gestorben? Ja, der ist jetzt gerade gestorben. Weil du sagst, dass der kein Geist will. Oh, tot. Oh, fuck. Unser nur ist ja genauso. Lol. Lol. Achso, die schießen. Die Pfeile. Ist das gay. Achso, die Dinger kann man zuschießen. Erstmal Tür zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind ein paar Magier von denen. Mhm. Und ich kann gerade keinen Trank einsetzen. Das ist mein Problem. Boah. Auf Fernkampfen mag es bei denen aber nicht gehen. Ja, jetzt. Da hätte ich doch fast schon meinen Tagessoll erfüllen. Boah. So, erstmal tot. Boah, die ganzen Fernkämpfe nerven ja jetzt schon. So, jetzt, jetzt kann ich wieder mitmischen hier. Ich versuche ein bisschen die Fernkämpfe auszuschalten. Boah. Es gibt einfach viel zu viele davon. Boah. 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 Jetzt. Slain. Boah. 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 Boah, das schaffen wir schon. Ist doch bisschen schwierig. Ja. Gehen da ein paar NPCs drauf oder die respawnen ja. Ja. Wir haben ein ultra mieses Haus gebaut zum überhaupt netzbekämpfen, müssen wir auf jeden Fall noch mal umbauen ey, meine Güte geht es auf den Keks. Ja, Hauptsache die Bögen, die Bogenpenner da legen bloß, weil die gehen mir richtig auf den Sachen. Gool. Ich dachte, das wäre ein NPC. Blood Butcherow. Oh, Hayel was slain. Ach kacke. Oh nö, alte Magier, die nerven gerade am meisten, ehrlich gesagt. Ich finde die eigentlich relativ safe, weil die bleiben ja stehen. Und die haben wir so langsam geschossen, oh Gott, was kommt da noch alles? Gool. Fein. Bisser. Ok, ich komm von hinten. Oh, ich passe eigentlich vorne gerade. Ich meine, ich hau euch alles durch, Stab. Boah, das ist ja easier, easier als ich gedacht hätte. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dann passt das schon. Woop. Seid mir, dass sie nicht von hinten einen plötzlich erwischen. Mal ein bisschen aufpassen. Boop. Boop, 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 boop. Da wo war slain. Ups. Tut mir leid da. Da wo. Oh, ist unter mir. Oh, gleich ne Hexe getötet und dickes Bordus. Lol. Oh, jetzt schießt die von unten. Sehr geil, wir haben ein ultralichtes Haus gebaut, um gegen Goblins zu kämpfen. Ja, wir hätten auch oben einfach irgendwie so nen Luke reinbauen können. Ja, hätten wir auf jeden Fall tun sollen. Haben wir irgendwie nicht dran gedacht. So, jetzt geht's weiter. Wie viele kommen da eigentlich? Ich weiß nicht wie lange das andauert. Da fragst du mich zu viel. Ich auch nicht. Bögen, ey. So. Da oben ist war eine Magierin. So. Erstmal Heal. Ah, läuft doch ganz gut, würde ich behaupten. So. Ja, bis auf das ganze NPCs draufgehen, passt schon. Na ja, komm. Die kriegen wir wieder. Darius Ruslan. Achso. Ja, kriegen wir wieder. Aber noch ganz schön was. Ja. Ups. Jetzt geht's mal runter. Das ist super. Boah, ist noch 100 Leben. Ah, siehst du? Goblin Army has been defeated. Was heißt das? Achso. Der neue... Haben's übersteigt. Mehr kommen jetzt nicht. Jetzt nur noch den Rest töten und fertig. Und dann können wir irgendwo einen eingekehrten Goblin finden. Wo wir dann auch das Ding kaufen können. Zum reforgen von den Items. Und wo wir hier Dingens kaufen können. Rocket Boots. Okay. Ja, cool. Und vorbei. Jetzt wollte man das hier fertig, was ich eigentlich fertig bauen wollte. Jo. Also komisch, dass sie direkt so nach unserem Schwert gekommen sind. Hm. Das hol's. Hm. Das war's. Hauptsache gewonnen. Stimmt. Alles okay bei dir? Jo, jo. Stand ist da grad so ziellos rum. Ja, ja. Ziemlich AFK, ne? Äh, ne. Alles okay. Äh, hast du grad zufällig vielleicht ne Uhr? Weil ich kann grad nicht minimieren. Sonst schmiert mir alles wieder ab. Äh, halb neun. Okay. Ich würde dann auch langsam wieder Schluss machen. Ich würde sagen, den Rest machen wir dann in einer anderen Session. Mhm. War ja dann erstmal lang genug für heute. Ich würde kurz die Räume noch fertig bauen wollen. Jaja, klar. So. Hab dann ja auch lange wieder Hunger gemacht. Ja, ich muss, ich muss dann heute noch das YouTube Problem gefixt kriegen und dann war's das auch schon wieder von meinem Tag. Ich hoffe, dass es YouTube-Seiten zwar sonst... Wird schon, wird schon. Achso. Vielleicht, ich bin schlauer, ob ich mir vielleicht auch ein paar Türen mitbauen soll. Ja, ich kann kurz eine bauen. Tür, Tür. Ist ne Eisentür? Das ist mir vollkommen gut, aber weil Eisen eigentlich ziemlich wertvoll ist. Ich würde einfach Holztüren nehmen. Okay. Oder noch mal ne Pumpkin da. Brauch bloß zwei, ist mir egal. Mach wie du willst. Ich kann's auch gleich hinsetzen. Siehst ja, wo die Türen eingeplant waren. Okay. So. Achso, ich sollte die oben in die Leiste ziehen. So. Was ist die da? Äh... Da hin. Die da hin. Da hin. Da hin. Mal erstmal hier ein bisschen was, damit wir hier hochlaufen können. Huch. Da hin. Okay, ja. Äh... Da hin. Da hin. So. Achso, und oben da machen wir es noch einen Gang rein. Manchmal ein bisschen größer, damit wir besser durchspringen können in der Hektik. Dann sieht es auch deutlich besser aus für die nächsten Kämpfe. So, würde ich sagen, war wieder eine schöne Session, ist einiges vorangegangen und bis bald Alex. Jo, bis bald.